ich wollte eigentlich erst umbauen und dann ware bestellen aber ich mache es jetzt das ist mir alles ein bisschen zu eng verkauft das toiletpapier ein toilettepapier kommt oder leid was da rein ist doch nicht los das ist aber kein groß zu schütteln habe ich hier noch ein extra betten ja okay messi hier ist leer und gelbes so ok dann hier noch ich soll jetzt mal alles leer kaufen so einfach geht das spiel weg damit dass sie es noch dahin bis so das ist ein kaffee haben ja auch noch da ist es noch mal ja das ist aber auf fall abgehen das problem ist ja wenn man es direkt macht einmal auf jeden fall und haben ja auch noch drei so alles ist noch da ist man den großen ausweg kauf so 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 okay man ja das gemacht jetzt was ich muss gucken ja so wie es kein das winter ja ja doch 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 das kann man das jetzt mal nach und dann das kauft wird dann ist es soweit ist nach dem umbau wie das gehen wird aber der umbau wird halt nicht auf und es wird einfach nur umgebaut schlosses umbauen die tage was in kranten gehen ja 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 muss man auch jemals Schnellen springen das hier, so. 12 verpacks sind hier oder hier. So, 12 verpacks sind da, make damage. So, sie groß. Oh, hier sind die Käse. Das ist alles. So. Das ist noch da. So, jetzt. 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 So. So, jetzt. So. 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 und hier der mozarella habe ich jetzt so ein bisschen das rechnet auch noch was wir kaufen so lieben dann stelle schützt man das spiel was war denn das jetzt was das jetzt war einfach egal ich hab's ja gesehen so aufnahme hallo missus so jetzt haben wir auch mal flöffel kreisisch aus die klicks der spezial 6 für den b-d-schokolade für 6 euro 6 kann man so lassen man darf so teuer 2 10 230 teuer 2 euro 15 die wochen angebot oh mhm 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 hänchen ne kartoffel habe ich überhaupt gesehen wo sind die kartoffeleck aber hänchen das kannst du mir da so Oh! aber wir werden uns reinkaufen Oh, die Milchstädel. Einmal Öl. Das ist auch hoch. Einmal Öl. Ist das wirklich klein? Ist das hier noch stehen? Nein. Ja. So. So. So, this is off there. So, this is off there. So. So. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ah, es kann sein, dass ich habe ja das Spiel bei NKV 9. Weil der Tag 20 so komisch. Wir haben ja jetzt Tag 21 schon. Was sind da drin? Kartoffel. Kartoffel sind aufgefüllt. So. Hier ist ja fast alles. Bogen du hinscheln auf einen? Hinscheln, du sind doch schon wieder weg. Was ist das jetzt alles? nicht mehr feierabend leute aber jetzt schließend sonst kommt es alle wieder rein ich glaube ich musste kosten machen hier ist auch noch alles das heißt ich muss eine ich hoffe es sind auch mal tun fisch und jetzt das schaffst noch was wir jetzt nehmen noch die letzte runde coca-cola das war's mit dem tag schon wieder tag 21 vorbei wir müssen morgen ein kurs einkauf machen ich glaube auch hier bisschen um dann wird bisschen für größe noch das lager mit größe hat alles wird nachbestellt aufgefüllt und dann können wir den nächsten starten dann zeige ich euch ja vor alles noch was und das weg das macht er mit euch zusammen wünsche euch noch was ist dann tschau tschau